Hallo, ich bin Fatlind, mache Lehre als Unterarztpraktiker EBA und arbeite in der Stiftung Blumenfeld. Ich zeige dir meinen Alltag und komme mit. Als Unterarztpraktiker EBA mache ich viele Gartenarbeiten, kleine Reparaturen und Unterarztarbeiten. Das Besonderste für mich ist, dass ich mit Maschinen arbeiten kann, dass es sehr abwechslungsreich ist und dass ich immer in dem Team arbeiten kann. Als Unterarztpraktiker musst du selbstständig sein und Ausdauer und Handwerksgeschichte mitbringen. Die Stiftung Blumenfeld finde ich, dass wir einen schönen Garten haben und wenn ich froh habe, dass ich eine Ansprechperson habe und dass ich mit meinen Berufsbürgern das gut anzähle. Ich würde die Lehre dir empfehlen, wenn du gerne mit Maschinen arbeitest und abwechslungsreicher Alltag suchst. Wenn dir dieser Einblick gefallen hat, bewirb dich doch jetzt. Als Unterarztpraktiker bei der Birchstiftung Blumenfeld. BR 2018 ... das Americanis ... ... ... Vielen Dank.